Jo und herzlich willkommen zu Teil 38 des Let's Plays GTA San Andreas mit Wheatling-Praktikant Tommy. Es ist mal wieder passiert, den Teil hier habe ich schon mal aufgenommen, aber der Festplattenspeicher war leider voll und das Video war kaputt. Ja, keine Ahnung. Ich habe extra den vorher Sachen gelöscht, aber ich habe vergessen den Papierkorb zu leeren, deshalb waren sie dann halt doch noch nicht richtig gelöscht und so kam das Ganze mal wieder zustande. Ich spann euch jetzt nicht länger auf die Folter, wir schauen uns an, was es bei der Werkstatt zu tun gibt. Okay, dann geht's. Diese Leute? Ja. Das sind die Loco-Syndicate. Sie sind ziemlich großartig, glaube ich. Wir haben keine Probleme mit ihnen. Wir haben keine Probleme mit ihnen. Das ist ein Mann. Das ist T-Bone Mendez. Er ist die Muscle. Und wer ist das? Das ist Jizzy B. Er ist der größte Pimp in der Stadt. Er hilft uns die Behandlung zu machen. Er ist ein Koncierge. Ey, dann ist er mein Weg in. Wie komme ich zu ihm? Oh, Jizzy? Jizzy läuft den Pleasure Domes Club in der alten Fortress unter der Gamp-Bridge. Ey, gut geschaut, Woozi. Kein Problem. Du bist kein Klavier. Okay. Ja, so schaut's aus. Wir versuchen weiter in San Fiero Fuß zu fassen. Und das jetzt allmählich mit immer größeren Schritten. Wobei es jetzt natürlich schon recht heavy ist, sich mit diesem Syndikat anzulegen. Wir haben zwar jetzt mittlerweile dem guten alten oder auch bösen alten Smoke mal ein bisschen auf die Füße getreten, indem wir seinem Boten Geld abgeluchst haben. Aber dieses Syndikat hier scheint mir doch nochmal eine ganz andere Hausnummer zu sein. Und das finde ich schon sehr mutig, sich jetzt mit denen anzulegen. Aber Karl Johnson weiß bestimmt, was er tut. Deshalb... Nice. Ja, deshalb gehen wir das Ganze mal an. Ansonsten, die Fotos haben wir im Teil 37 gemeinsam mit Cesar geschossen. Das war halt ein Treffen zwischen Ryder und halt den ganzen Leuten, die ihr da eben auf den Fotos gesehen habt. Also sprich, unsere verlogenen Verräter, Brüder, die haben da auf jeden Fall mit denen irgendwas am Laufen. Ich meine, ist ja auch verständlich. Die wollen da ja ganz dick ins Geschäft oder sind ganz dick im Geschäft. Und dann kommt natürlich so ein fettes Syndikat ganz praktisch daher. So, jetzt haben wir hier erstmal wirklich wieder was zu bestaunen. Nämlich nicht nur dieses gigantische Frachtschiff, sondern auch die... Tja, wie könnte diese Brücke heißen? Mir fällt absolut kein Name dafür ein. Das ist schon geil. Schon geil. Naja, aber gehen wir doch mal in den Puff. See, Baby, I got everything. Mink sheets. Mink coats. Mink curtains in the window. Wenn ich da die Stairs komme, dann bin ich auf mink coffee. Jetzt, wer ist das Schwer? Ich nicht mehr Freunde, Baby. All sie versuchen zu me aus meiner Hol. Naja, es ist nicht mit dem. Es ist also mit mir, Brüder. I heard you was the man with the hookup And you was the man I needed to see I'm offering my services Say what? Yes sir, see I'm new in time Anything you want, I can do For a guy like me to work with To work for A guy like Jazzy B? Well now that you mention it, I do have a slight problem Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix Cause you see me, I'm intellectual Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink See I only got two eyes and in these streets you got to have more than that You got to be like a flying shit, you know A hundred eyes everywhere Now some lunatic been fucking with my bitches Motherfucker killed two last week I want you Go find out No problem You're my player partner now, Jazzy Wait up, Mr. C to the J See that pretty young thing in my car Drop her off at the hotel downtown Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done And watch the rims, player Treat that baby like the Pope-Mobile So sieht das nämlich aus Wait, what a strong bitch Ever had half and half with a sucia like me? Yeah, go on I'll do things your rica won't I'm listening, I know I'm no slut, but I need a feria Uh-huh, real interesting So, dieses charmante Gespräch von und mit Carl Wollte ich euch nicht entgehen lassen Ja, auf jeden Fall ein absoluter Charmeur Ich find's selbst ziemlich mutig, auf jeden Fall Also ich hab nicht damit gerechnet, dass das so kommt Aber es ist natürlich ne schlaue Sache Von Carl Johnson Hier erstmal einen auf gut Freund zu machen Um halt darüber ein bisschen Einblick in den Laden zu erhalten Ich hatte persönlich eigentlich erstmal vermutet Dass er da jetzt Direkt mit Waffengewalt quasi reinstürmt Und versucht darüber was rauszukriegen Aber so ist es natürlich deutlich, deutlich klüger Ja, und jetzt kann ich nur hoffen und beten Dass es so gut läuft wie beim letzten Mal Denn eigentlich hab ich beim ersten Versuch Die Mission hier relativ gut bewältigt Ja, so geht's jetzt nämlich weiter Das hat mich auch ehrlich gesagt etwas verwirrt Weil ich halt gedacht hab, dass wir uns um diesen Killer kümmern müssen Aber nichts da Wir bekommen plötzlich einfach einen ganz anderen Auftrag Oh, das war glaube ich gar nicht mal so schlau jetzt Aber kriegen wir schon hin Und wieder einmal Nebel Ei, 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 ei Oh, hier fahre ich glaube ich gar nicht richtig, oder? Ich glaube so ist es besser Das sieht doch ganz gut aus Here comes my player, now you in real trouble This is my trouble, sucka Hey, it's CJ Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry Worry? Did I say I was worried? No, I did not Now to the real deal Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over I want you to get your ass up there and nose around Find out what's going on Und der nächste Job Oh Mann, ja doch, doch, doch Das sieht ganz gut aus Ich bin jetzt gerade schon wieder unsicher Ob ich hier richtig fahre Aber das ist auf jeden Fall okay So, ja Doch, doch, doch Das kommt gut hin Ups, Entschuldigung Oh Gott Oh, immer dieses Oh Mann, nicht hier Nicht im Ernst So, nicht, dass irgendjemand denkt, dass es das gewesen sein könnte Natürlich geht's noch weiter Dann schauen wir uns doch den Sugar Daddy mal an Brake news Is skateboarding turning your son gay Also, San Fierro has been hit by one-tenth scale chaos Recently following a series of mini terrorist attacks Tiny techno terrorists are suspected More on that story as it comes in A district attorney is facing a long jail sentence After he was arrested outside the Bankoff Hotel Trying to escape well over a ton of Marriott Ah, da geht es doch bestimmt gerade um den Staatsanwalt. Fuck. Okay. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments so I may better gaze upon thy corruption. Driver, get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical heroine. Tja, ja, ja. So ist das nämlich hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet, dass der plötzlich hochgeht, aber es ist ja gut gegangen. Es ist ja noch mal gut gegangen. Oh Gott, natürlich auch ein äußerst passender Ausruf für diese Situation. Gucken wir mal, ob Gott uns weiterhin hilft, diesen Typen hier auszuschalten. Offensichtlich hält er doch seine schützende Hand über ihn. Oh Gott. Fuck, fuck. Oi, oi. Fuck, kommt der damit durch? Oh nein! Nein! Ey, jetzt reicht's aber langsam hier. Ja. 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 Fuck, fuck, fuck. Oh man, den muss ich doch irgendwie mal kriegen. Hm. Fuck, fuck! 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 Whoa! Watch those teeth, girl! Okay, I would try that. Ah, screw you! Oh! 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 Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ used to play his right hand, baby. Oh, and by the way, that car has just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes and my club. Oh, for sure, you got that, man. Oh, 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 oh. 3000 Dollar? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die beim letzten Mal auch bekommen haben. Das kommt mir nicht so vor. Ei, ei, ei. Knappe Kiste. Knappe Kiste. Leute, Leute. Nein, 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 nein. Nein, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ah, ich hätt's mir ja fast denken können. Aber egal, egal. Wir haben die Mission geschafft. Alles gut. Ich bin grad ein bisschen baff. Ist das jetzt Angel Pine, wo wir hier rausgekommen sind? Das ist natürlich fast wieder ein Trauerspiel. Aber egal. Passt schon. Oh, ja. Thanks for visiting Amunation. At Amunation, we don't need a background check. A wad of America works well in a crowded area. Your daughter is enough. Coming soon. Armor piercing bullets. Ask our salesman about every sportsman's favorite. The anti-tank missile. You don't need the choice of the professional. Und nein, ah, das war wieder die falsche Taste. Ich weiß nicht, ob ich das noch lerne, aber die Schutzweste nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja. Okay, dann sind wir ja wieder halbwegs ausgerüstet und müssen nur noch in Anführungszeichen zurück in das schöne San Fierro. Ja. So nicht. Na. Hey, you got a new man in your life. Me. Ja, okay, komm. Dann steig ein. Ich hätte eigentlich lieber das Motorrad genommen, aber ist mir jetzt auch Wurst. Ich bin gerade etwas irritiert. Stimmt das jetzt, wie ich fahren will? Da links. Äh. Na, war eigentlich nicht so ganz richtig. Fahren wir fast mal besser geradeaus. Naja. Okay, wird schon hinkommen. Ja, jedenfalls hatte ich den Pfarrer im ersten Versuch auf jeden Fall deutlich schneller am Hintern oder aus der Welt geschaffen oder wie auch immer aus der Welt geschafft. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber es hat ja jetzt so noch alles halbwegs funktioniert, außer dass wir halt verhaftet wurden. Das ist ein bisschen traurig, aber auch kein Beinbruch. Ich frage mich gerade, ich glaube, das war die allererste Verhaftung in diesem Spiel. Könnte das sein? Ich meine fast schon. Ja, und allmählich wimmelt es hier dann wohl auch vor Aufträgen. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig, aber ich denke, das müsste stimmen. Ja, okay, hier müssen wir eh wieder raus. Ja, hier waren wir ja auch eben schon. Downtown. 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 Aber jetzt müssten wir doch eigentlich halbwegs geschmeidig zur Werkstatt kommen, wenn ich mich nicht irre. Wir sind noch. Wir müssen auf jeden Fall mal noch ein ganzes Stück hier runter. Äh, ob das jetzt so... Doch, ich glaube, das ist okay, oder? Äh. Vielleicht habe ich doch noch nicht so ganz den Überblick, aber... Haarschnitt. Haben wir lang nicht mehr nachgeschaut. Nee, hier sind wir im Club. Ach du meinst, Schreck. Da müssen wir ganz schnell wieder raus, denn hier könnte Musik laufen, die nicht erwünscht ist. Das ist natürlich eigentlich eine feine Sache, weil ich da auch das Gefühl habe, dass wir in diesem Club vielleicht falsch sein könnten. Ja, dann gucken wir doch mal, wie wir hier beim Friseur so ankommen oder rauskommen. Naja gut, der Friseur kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ne Menge Frisuren, die kennen wir doch schon alle, oder? Die kennen wir eigentlich alle. Ja. Ich weiß nicht, der Groove-Schnitt ist schon eigentlich groovy, würde ich sagen. Mh, können ja trotzdem mal ansehen. Wie wär's hiermit? Einfach mal was anderes. So. Und tschüss. Ist ja eigentlich jetzt keine besonders große Veränderung, meines Erachtens. Und ab in den Wagen. Jetzt fahren wir ja quasi wieder den gleichen Weg zurück, ne? Wir sind eigentlich da oben auf die Straße, denke ich, oder? Vermaledeit. Und wer hier jetzt rechts, ist doch mal ein Versuch wert. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt da vorne links fahren, dann... Ah, da ist er auf dem Fitnessstudio. Die Fahrschule. Die Feuerwache. Und da ist unsere Werkstatt. Ei, ei, ei. So ganz langsam kommt vielleicht das ein oder andere. Das man wiedererkennt. Okay. Viel passiert. Hat ja einigermaßen funktioniert. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Sage bis bald in San Fiero. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.